Ja, Moin Moin und willkommen zu Zombie Army Trilogie. Ich bin hier mit der lieben Rasa hier. Und wir befinden uns quasi in Nazi-Deutschland und müssen hier Zombies bekämpfen. Wie wir es ja auch schon angekündigt hatten, dass wir das machen wollen. Genau. Ich höre doch was röcheln, aber ich sehe nichts. Ich habe schon einen da abge... Guck mal, wenn ich hinkomme, der ist schon weggespawned hier. Ist nichts mit looten. Nee. Das kann man, wenn man diese... Ah, erkunde das Dorf. Ist unsere Aufgabe. Ach, das macht Spaß. Headshots. Den haben wir am Arsch, stand gerade da. Den haben wir am Arsch. Na, da spornt er wieder weg, der Drecksack hier. Da darf doch nicht wahr sein. Das ist scheiße, dass das so schnell geht. Es geht unglaublich schnell. Unfassbar. Jetzt kommen die ganzen Kameraden hier. Er kann gleich liegen bleiben. Oh, wir sind ja ziemlich nahe hier. Machen wir manchmal so hier. Genau. Ja, vorragend. So geht es nämlich auch. Hast du eigentlich diese Sniper-Elite mal gespielt, dieses Hauptspiel? Ähm, das Hauptspiel hiervon jetzt meinst du? Ja. Ja. Weil ich wollte erstmal sehen, wie das überhaupt so ist, weißt du, um mich reinzugucken. Also ohne Zombies, sozusagen. Äh. Doch, doch. Du siehst dann auch mit Zombies. Ne, ich meine, es gibt ja diese Sniper-Elite. Ach so. Zweiter Weltkrieg, wo du diese Schafschütze. Ne, das habe ich nicht. Ich liebe diese Schrote. Ach, weil die so scheiße laufen immer. Da verfehlt sie sich immer mit den Kopfschüssen, weil die immer so komisch wanken. Ich glaube, diesmal war mal besser, aber auch weil wir schnell looten. Eine einfache Stufe haben. Bevor die sich hier wieder despawnen. Und immer volle Munition. Ist ja ein Dreck. Ja, dann haben die genau die falsche. Ich bin mir auch. Volle Munition. Ja. Okay. Du bist doch schon wieder am Knattern dahinten, oder? Ein Kopfschuss nach dem anderen. Ich bin ja mal ganz gut hier. Fass mich nicht an, du Drecksack. Ich glaube zwar nicht, dass er sexuelle Interessen hat, aber... Wahrscheinlich nicht. Er kulinarische. Kulinarische Interessen. Ja. Komm, den mach ich so platt. So, so geht es nämlich auch. Mal ohne Munition. Einfach den Schädel eintreten. Genau. Liebevoll den Schädel einschlagen. Liebevoll. Ziel erreicht. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier die paar fertig machen. Das ist der Rettel ohne Munition. Das ist der Rettel ohne Munition. Ich habe das gar nicht gemerkt. Scheiße. Ich bin tot. Aber ich habe durch die... Verschwinde. schneller 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 so jetzt erst mal in sicherheit schön aus sicherer entfernung ich will ja nix sagen aber ich habe fast 2000 punkte schon mehr als wahnsinn wahnsinn unglaublich das ist ja phänomenal so wollen wir uns mal hier wieder rein nein ich hab scheiße ich hab die scheiße landbiene geworfen das wollte ich doch nicht verdammt doch mal jetzt habe ich eine verloren was war jetzt ich habe auch wieder ein versteck es sind hier wieder ein paar kameraden wird sagen wir warten bis die hier reinkommen gute idee mit der schrotflinte und hatten die was dabei ja aber also manchmal wenn nur einer kommt den kann man ja auch dann super zertreten genau da kann man nicht munition sparen 2 für die flinte volle munition was hat der andere aufnahme läuft auch noch also alles super im moment äh der steht wieder auf die haben sie jetzt kritisiert wo bist du gerade unten noch ich habe es auch sogar mal geschafft also in diesem spiel jetzt dass ich zwei kopfschüsse hatte auf einmal also es ging durch ein durch durch einen anderen ich habe eine granate ich glaube es trifft mich nicht ne stimmt da ist er deaktiviert ich habe ein trofäe gekriegt bleib ja liegen super wahrscheinlich weil ich ja alle vermöbeln ich habe ein trofäe gekriegt bleib ja liegen super wahrscheinlich weil ich ja alle vermöbeln so момент das noch ein paar die können wir hier noch kombo ab Gut. Ah, aber da Schüsse für die Flinte. Die sind ja irgendwie immer... Jetzt können wir hier durch, siehste? Ging ja vorhin noch nicht, also müssen wir die doch immer erst besiegen. Ach, da bist du. Ich will mir erst mal gucken, aber ich glaub, hier gibt's nix. Ist das Safehouse, oder? Ich glaub ja, hier liegt auch... Die sind Waffen und... Aber die Waffe will ich eigentlich nicht wechseln. Nee, eigentlich nicht. Nee, das wollte ich jetzt auch nicht. So, ähm... Neues Ziel, beeile dich, ja super. Sowas liebe ich. Ich auch. Beeile dich. Aber jetzt ist Kontrollpunkt, das heißt... Jetzt ist der Kontrollpunkt erst? Stand bei mir da. Oh, da kommen viele. Besser zurückgehen erst mal. So, die zerklopp ich hier wieder. Das ist praktisch. Wenn die alleine kommen, dass du die einfach nur kaputt geben musst. Welche Taste ist das nochmal? Die rechte oder die linke? Ähm, L1 ist das. Oh, vielleicht kommt gerade einer an mir. Ich glaub... Ey, das ist gut mit dem Kloppen. Ja, das ist praktisch. Aber jetzt kommen ein bisschen viele. Wollen wir ein bisschen ausdüben. Wollen wir ein bisschen ausdüben. Die schlagen sogar mit dem Hammer. Ich glaub, es geht los. Hohoho. Aber die Zombies sind toll gemacht, finde ich. Ja. So, da haben wir doch schon mal wieder aufgeräumt hier. Ja. Vorragend. Mit voller Munition, was hat der hier? Ich glaub auch super. Flinte, das ist gut. Karabiner. Ja, was heißt... Beeile dich. Womit? Ja, das versteh ich auch nicht. Beeile dich. Womit denn? Oh, oh. Das ist die Idee hier mit dem... Mit dem Bre... Das ist super, spart echt Munition. Oh, oh. Zombies verkloppen. Bleib liegen! Genau. Dafür hab ich jetzt die Trophäe gekriegt. Bleib liegen. Weil ich dieses Röcheln schon verdammt habe. Verkloppt die ganze Zeit. Verkloppt die ganze Zeit. Da hab ich Spaß dran. Das macht wirklich Spaß. Von mir. Was ist das denn? Biskerl. Wir brauchen keine Munition mehr. Den will ich auch... Zack. Das macht Spaß. Ja, das ist cool, gell? Super. Die Dinger hier kann man ja übrigens auch gut zerschießen. Denk ich mal. Das fliegt dann in die Luft. Ja. Das macht wirklich viel Schaden. Das hab ich schon ausprobiert. Da kommt doch nicht schon wieder einer raus. Aber wenn es nur einer ist... Ja, dann... Da kommen noch welche. Ich glaub wir müssen hier diesen scheiß Schädel... Oh, ich hab auch hier Trophäenfortschritt. Aber ich hab's ja noch nicht. Aber da arbeite ich kaum. Ja, schade, dass hier keine Munition liegt. Ich hab ja nur immer andere Waffen. Ne, die Waffen behalte ich. Ja, die will ich auch behalten. Ich hab dich grad für'n Zombie gehalten. Nein! Das hab ich schon... Ich hab schon die falsche Taste gedrückt. Das kann nicht wahr sein, echt. Wollen wir mal die Treppe rauf, hier? Ne, wir müssen ja erstmal diesen Schädel hier untersuchen. So. Was ist denn Schädel denn? Ich hab zwar was angerichtet damit, aber... Hast du jetzt... Überlebe die Belagerung! Ja, wir müssen's aber machen, damit wir weiterkommen. Das ist ja der Mist. Von hier aus kommen die dann alle. Ich geh mal hier rauf. Ja, vielleicht von oben. Ja. Ah, hier ist ein super Schussfeld. Man merkt übrigens auch, wenn du die Fahnen hier oben siehst, die roten, dass sie das... Wie sagt man? Zensiert haben. Das Hakenkreuz. Ja, ja. Das darf ja nicht sein. Ja, es ist ja ein normales Kreuz geworden. Ach so. Die legt nicht so. Das ist ja so. Das ist ja naja, dass du da überstehst. Okay. Der ist ja nicht so. Ja. Ich geh ja irgendwie weg, der ist ja der Video. Und das ist ja. Nachladen! Junge die Dünne! Wow! Schlag mich nicht für Dreck. Sind die schon im Haus? Ja, man schlägt keine Frauen! Scheiße, ich verblute! Komm, komm, komm! Scheiße, willst du denn? Man kann trotzdem noch schießen! Das ist ja cool! Das hätte ich nicht gedacht! Ich dachte, man ist dann verloren! Warte! Super, danke! Die sprengen sich ja immer in die Luft, diese Dreckskerle! Ja, ich habe da eine Granate geschmissen! Boah! Das kommen immer so viele! Boah! Oh, ich bin glaube ich schwer verletzt! Brauchst du Hilfe? Nee! Noch nicht! Boah! Aber das macht Bock, oder? Oh ja! Aber das ist so richtig konzentriert, gell? Ja, warte! Da kommen wir so... Schneller angerannt! Ja! Die jagen sich in die Luft, diese Dreckskerle! Und nehmen uns mit, sozusagen! Die müssen doch vorher abverlangen, wenn die nochmal kommen! Aber die sind so schnell! Boah! Da kommen ja noch mehr hier! Ist ja das Schwierige, dass die so schnell sind! Wow! Ich bin aber angegriffen hier! Ne, die kümmert sich um die Färben, ich um die Nahen! Okay! Würde ich vorschlagen, weil man beachtet die ja immer nicht, ne? Die gerade da sind! So, dann habe ich wieder mal Hitler erschlagen hier! Ja! Der sieht echt so aus! So! Und ich nehme die Flinte auch für die Nahen und du machst alle... die Weiterwechslung! Ich muss das jetzt konzentrieren! Ich sag's ja! Oh! Ich glaube, ich bin ja am Verbluten! Ich komme, ich komme! Wirklich schaffe ich's! Ja! Es werden zu viele! Such mir Granate! Such mir Granate! Ich muss nur Nahkampf geben hier! Halleluja! Da haben wir wieder ein weniger! Oh! Wahnsinn, du! Stell dir doch mal vor, wir hätten das auf schwer gestellt! Oh Gott! Das hätte man nicht überlebt! So sieht es doch schon übersichtlicher aus, oder? Ziel aber... Wow! Soll man sehen, ob wir noch was looten können. Begib dich zum Versteck. Mal sehen, wo der Stern ist. Das zeigt uns ja immer das Ziel. Erst mal hier ein bisschen gucken. Ich warte auf dich. Ich habe jetzt eine andere Waffe. Warte mal, was ist das denn? So. Hier ist, glaube ich, nichts mehr zum Looten, oder? Doch. Ich glaube, die Granaten, das sammeln die selber auf, ne? Da musst du nichts drücken. Da kann man auch andere Waffen nehmen. Da habe ich wieder was. Wie weit du wegrennst. Ich brauche Munition. So, wo bist du jetzt? Ach da. So, unser Ziel ist jetzt, begib dich zum Versteck. Also hier lang. So, jetzt sind wir hier. Und nun? Ich denke mal, hier lang. Ja, da ist der Stern da hinten. Aber lass mich raten, es kommen bestimmt wieder Zombies. Da gehe ich mal von aus. Na, ich höre es doch schon. Ja, oh, hier. Ich höre es doch schon. So, der läuft zweifach. Schon wieder, schon wieder. Da ist schon... Keine Ahnung. Aber der hätte auch seine Kameraden jetzt mitgenommen, ne? Das ist alles vertreten. Ja. Und Leiche durchsuchen. Das war ein... Hui, hui, hey. Rüberdance. Jetzt sind das Zahe, natürlich. Aber ich? Wie der noch weiterläuft ohne Kopf Wie so ein Hütchen Hoi, hoi Lass ihn auch fahren, ich kümmer mich an die Was hast du Schönes für mich, mein Freund? Voll, danke Mal einen Schluck trinken Moment So Mal kurz gucken, ob hier was im Haus drin ist, aber ich denke mal nicht Aber ich finde, es stört er jetzt auch nicht so, dass er jetzt keine große Story ist Ich finde, das Spiel macht einfach Bock Ja, genau Na, ist wie The Last of Us Multiplayer, da ist ja auch keine Story Stimmt Von daher Aber hier hat man es mit Zombies zu tun Das ist mal was anderes, ne? Ja, finde ich auch So, hier ist wieder Speicherpunkt, sozusagen Ein Speicherpunkt, der nicht speichert Moment Ich muss dich erstmal Man muss echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine andere Waffe aufnimmt Das ist das Safehouse hier, ne? Ja Ziel erreicht Und nun? Kommen wir jetzt hier nicht weiter? Jetzt kriegen wir wahrscheinlich ein neues Ah ja, jetzt Oh, jetzt habe ich auch ein bisschen aufgeholt Beeile dich, na super Immer dieses Beeile dich So, hier muss man hin So Kisten Und das sieht aus wie Benzin Oh Da sind ja noch ein paar Vereinzelte Hm, du musst zu mir Genau, ach, da bist du ja bei mir Ich dachte, du wärst irgendwo anders Stellung halten Ja, super Also kommt jetzt wieder eine Welle Auf und zu Ich ahne, Schlimmes Oh, Skelette Das ist ja cool Das ist ja cool Kann man die auch zertreten? Stimmt Ja, da fliegt ja gleich in 1000 Teile Nein! Ach, schon wieder Warum komme ich immer auf diese scheiß R1-Taste? Das kann doch nicht wahr sein Keine Granaten mehr Die kann man ja voll geil zertreten Ja, das geht einfach bei denen Aber die kann man nicht looten Wie es scheint Jetzt kommen die da hinten Oh Komm her Ihr kleinen Spackos Oh, ich hab dich überholt Was ist denn das? Wie überholt Beim Punkten Oh, nicht schlecht Wahrscheinlich weil du hier alle zerklopst Das hast du mir herbeigebracht Hahahaha Hahahaha Könnte man fast sagen Das ist die Meister Hahahaha Hahahaha Jetzt kommen wieder die Zombies Wie es aussieht Nicht nur Die Skelette kann man wirklich am besten zertreten Ja Dann lohnt sich nicht dafür Munition zu verschwenden Warte mal, kann man den nicht hier hinlocken und dann vor den Benzinkanister schießen? Ja Das wäre praktisch Guck mal her 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 Und wie lange müssen wir jetzt hier die Stellung halten? Werden die uns schon mitteilen? Ich werde sie uns schon mitteilen. Schön looten, nicht vergessen. Schon gedacht so einer, der sich selber in die Luft jagt. Die hasse ich. Aber wir haben keinen Schaden genommen. Da noch einer. Doch, ich habe Schaden genommen. Jetzt kommt wieder eine Horde. Oh, hier auch. Wo? Oh ja, der letzte. Mal eigentlich. Scheiße. Scheiße. Oh, wo bist du? Ich war zu eifrig. Ja, das haben wir vielleicht nicht davon gleich. Krieg ich die nicht? Scheiße. Ah, komm ich durch! Oh nein! Oh, so Mist. Verdammt! Jetzt müssen wir, denke ich mal, Kontrollpunkt neu starten. Ich hoffe nicht... Ich nehme das jetzt, Kontrollpunkt neu starten. Ich hoffe, wir fangen nicht schon von vorne an. Nee, das geht ja nicht. Ich ahne, Schlimmes. Ich auch. Nein! Oh, Gott sei Dank! Warte, wollen wir aber erst mal kurz Pause machen? Wollen wir den Part beenden? Genau. Ja, liebe Leutchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So gut wie uns. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part zu Zombie Army Trilogie. Genau. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!